Der Laubsauger LS5000 XP basiert auf der bewährten Kramer Spitzentechnik. Mit dem stufenlosen Hydrostatantrieb in der Silent Wings Turbine ausgestattet, entwickelt der Laubsauger schon bei niedriger Motordrehzahl seine volle Saugkraft. Innovativ ist der Entleerungsvorgang. Durch Umlegen eines Hebels wird die Motordrehzahl gedrosselt und der Ausrufkanal geschlossen. Durch einen weiteren Hebel wird der rollengelagerte Fangsack abgesenkt und beim Rausziehen eingerastet. So lässt sich der Fangsack einfach entleeren. Nicht einmal der Motor muss ausgestellt werden. Es kann nahtlos weitergearbeitet werden. Die innovative Technik des LS5000 XP ist eine patentierte Eigenentwicklung unseres Hauses und somit einzigartig in diesem Bereich. Der LS5000 XP, entwickelt und produziert von Kramer in Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017